Hallo, Träumer! Ich bin's. Dreamplay ASMR. Heute starten wir den ersten Eating Wednesday. Und ich teste zusammen mit euch die Carbonara Wollnudels. Ich hab auch echt schon Hunger. Also zeige ich euch ganz schnell, wie ich die Nudeln mache. Und dann mal sehen, ob sie genauso scharf sind wie die originalen Fire Noodles. Das hier ist eine Einzelpackung. Und die Nudeln sind etwas dicker als bei den originalen Fire Noodles. Dann übergieße ich sie mit kochendem Wasser und schalte den Herd auf volle Stufe. Ich mach das immer so. Das ist die scharfe Soße. Das ist die Carbonara-Mischung. Und das hier ist so ein Topping. Ich weiß allerdings nicht, was das ist. Es soll auf jeden Fall ein Charakter sein. So kleine Pfirsiche. Und die gebe ich jetzt mit in die Pfanne. Wenn die Nudeln so langsam weich werden, zerteile ich sie, damit sie gleichmäßig durchkochen und nicht an manchen Stellen härter sind oder weicher. Schaut mal, ist das nicht süß? Wenn die Nudeln fertig sind, schüttet ihr das heiße Wasser weg und gebt die Carbonara-Mischung dazu. Die Pfanne steht dabei neben der heißen Herdplatte. Dann erst einmal schön verrühren. Und erst dann gebt ihr die scharfe Soße dazu. Und jetzt könnt ihr alles wieder auf den Herd schieben, schön verrühren. Und dabei die Hitze Stufe ungefähr auf die Hälfte stellen, damit die Nudeln nicht anbrennen. Und jetzt nochmal schön ziehen lassen. Dann schmeckt es am besten. So, die Nudeln sind fertig. Man sieht hier drin die... Ich weiß nicht, was das genau ist, aber ist das nicht niedlich? Und jetzt probieren wir sie. Ich habe ein bisschen Angst, ob sie wieder genauso scharf sind wie die Fire Noodles. Als Sicherheit habe ich ein Glas Milch dabei. Okay, los geht's. Guten Appetit. Also bis jetzt sind sie sehr lecker. Schon sehr scharf, aber sie schmecken gut. Ich habe ein Glas Milch Di-Lie-Lie, ich habe einen Glas Milch. Der Herzschule hat mir sehr ein Glas Milch. Jetzt habe ich mir einen Glas Milch. Ich habe einen Glas Milch, der sich so gefangen. Wir werden einmal ein Glas Milch, dein Glas Milch. Ja, die sind auf jeden Fall nicht so scharf wie die Fire Nudels. Doch, sie schmecken sehr gut. Die sind aber schon sehr glücklich. Die sind so glücklich und schlussisch. Was ich gerade probiere? Auch wenn man sie so glücklich machen kann, das ist auch sehr glücklich und kuchen. Ich habe mich sehr, 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 sehr. Also, man merkt die Schärfe schon, auch jetzt im Nachhinein, aber es ist auf jeden Fall auszuhalten und deswegen habe ich gedacht, verlose ich eine von meinen Packungen an, einen von euch. Diese Packung habe ich übrigens diesmal nicht auf Amazon gekauft, weil dort gab es die nicht, sondern bei einem koreanischen Händler auf Ebay. Das hat ein paar Wochen gedauert, bis die da waren und deswegen hat einer von euch die Chance, diese Nudeln zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich ein Abonnent meines Kanals zu sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare zu schreiben, warum ihr diese Packung gern gewinnen möchtet. Und den Gewinner lose ich im nächsten Eating Wednesday. Bis bald. Bye. Lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gern und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich decir, wir sehen uns nicht auf einmal. Vielen Dank.